hallo zusammen heute geht es um das fanatec tuning menü vorab meine empfehlung ich werde es auch gleich unten verlinken ist das video dazu wenn es ausführlich erklärt bekommen wollt von ron review aber so ein paar tipps wollte ich euch auch noch geben und einfach mal zeigen meine einstellungen sind nahezu identisch mit denen von ron alternativ habe ich noch ein paar andere kleine änderungen die ich gerne vornehmen aber ich bin halt konsolenspieler und auf der ps5 ist eh nicht alles anwendbar und trotzdem möchte ich euch meine einstellung mal zeigen und vor allem wie man auch dorthin kommt also ihr habt zwei möglichkeiten ihr könnt es wie auch in dem video von ron ganz gut beschrieben über das lenkrad direkt aufrufen da ist eine entsprechende taste wenn ihr noch in den basis einstellungen seid könnt ihr das auch entsprechend anpassen indem ihr die taste einfach fünf sekunden halten dann könnt ihr auch die advanced möglichkeiten nutzen mehr dazu später über die fanatec software mache ich es lieber sprich ihr schließt per usbc ganz normal das kabel entsprechend an eurem laptop oder desktop an wenn ihr das zur verfügung habt und dann könnt ihr auch dort über die software von fanatec womit man auch normalerweise die treiber updates einspielt ebenso das tuning menü aufrufen das seht ihr auch hier auf der ersten seite mal beim bild unter den gerätschaften seht ihr das tuning mit direkt und darunter eben die firmware updates ihr seht ich habe alles auf den neuesten stand also sprich quasi ready for 2024 dann nochmal im nächsten foto die base es ist eine dd pro ich nutze auch mittlerweile den quick release 2 bin damit sehr zufrieden und hier seht ihr so die einstellung die automatisch vorgegeben werden da kommen wir gleich zu im nächsten seht ihr das lenkrad ist es halt ein club sport analog dem porsche will oder ich fahre sonst auch jetzt aktuell früher das mcgaren ich habe mir jetzt das club sport racing 2 fünfer da bestellt im rahmen des black friday das war natürlich für den preis sensationell da muss man natürlich zuschlagen und ja gut betrifft aber nicht weil wichtig ist das lenk hat was ihr dran habt merkt sich das was ihr im tuning menü eingestellt hat also wenn ich das mit lenkrad jetzt hier dran habe und ich mache das andere dran bleibt es bei den einstellungen im tuning menü sind deswegen jetzt kommen wir zum nächsten bild das seht ihr auch im automatisch modus der ist ja gerade aktiv auf diesem bild habt ihr verschiedene setup möglichkeiten oben seht ihr auch nur mal den haken weil ihr könnt es entweder über lenkrad einstellen wie es gerade sagte oder eben einfacher hier einfach auf advanced gehen dann habt ihr halt genau alles freigeschaltet im gegensatz zu früher wo vieles bei den bases noch nicht frei zugänglich war sondern nur bei dem premium basis also der dd1 hat sich das wird geändert ihr könnt also nahezu fast alles einstellen wenn ihr die richtigen pedalen habt könnt ihr unten das breaklevel einstellen im breaklevel indikator also sprich das gefühl wann das abs kommt wenn ihr das abs aktiv habt und jetzt kommen wir mal das sind ja vorgegebenen einstellungen ich habe sie ein bisschen abgeändert entsprechend dem empfehlung auch vom ron review kanal also was darunter gemacht das für mich das beste video was ich dazu gesehen hatte auch alle die jahre ich gucke auch mal wieder aktuell vielleicht mal andere empfehlungen gibt ich habe selber auch warum experimentiert aber für mich ist es so eines meiner lieblings grund setups kommen wir mal zum hauptbild hier seht ihr eigentlich die ganzen grund setups also ich brauche jetzt auch gar nicht groß erklären dazu möchte mir jetzt nicht erneut groß wiederholen aber ich habe es ja eingangs schon erwähnt findet ihr es ausführlicher erklärt auf ron review ich lasse es einfach mal wirken wie es eingestellt ist vorab zum thema den dritten punkt dem force feedback scroll sprich peak oder linear ich persönlich mag's im peak ich mag halt die einstellung lieber weiß reine geschmackssache genauso wie ich in der regel 30 prozent beim natural inertia bespricht man es aus eingestellt habe weil zu viel macht keinen sinn zu wenig je nachdem wie leicht der lenkrad ist aber das müsst ihr für euch entsprechend empfinden wo er weg ist die interpolation die würde ich auch auf 6 lassen die auto auf vorstellungsgraf 11 das würde ich tatsächlich ändern das ist eigentlich der wichtigste punkt alles andere ist auch geschmackssache wenn ihr was ändern wollte ich persönlich habe es eigentlich da analog der empfehlung vom ron gehalten bei dem pedal settings muss ich nur sagen beim brake force fahre ich in der regel gerne 50 prozent an meinen pedalen manchmal auch auf 60 das ist aber auch je nachdem wie man lust hat und fahren möchte auch hier reine geschmackssache ich habe es jetzt einfachheit halber hier im nächsten bild um letzten bild das lass ich noch mal wirken dass es so das haupt setup was ich halt fahre in dem bild sieht man auch noch mal ganz kurz eine leichte änderung dann habe ich halt natural friction aus im endeffekt der rest ist gleich und hab halt in dem break force auf 60 prozent gestellt von 50 was ihr unten seht das setup es spielt keine rolle denn dafür müsst ihr die pedale haben die es unterstützen meine csl pedale tun es nicht wenn ihr andere pedale habt die es unterstützen würde ich als einstellen dass man das abs schon auf 50 prozent das man schon merkt ist meine persönliche meinung dass man es merken sollte ja ich hoffe es hat euch ein bisschen geholfen das video ansonsten ja wünsche ich euch natürlich weiter viel spaß und hoffen dass auch 2024 ein schönes rennjahr wird für uns in dem sinne bis zum nächsten mal ja 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 ja